Nach dem Mordversuch auf Ex-US-Präsident Donald Trump bei einer Wahlkampfveranstaltung im US-Bundesstaat Pennsylvania hat die Bundespolizei FBI laut US-Medien den Attentäter identifiziert. Demnach handelt es sich bei dem Schützen um den 20-jährigen Thomas Matthew Crooks aus Bethel Park im Bundesstaat Pennsylvania. Durch die Schüsse war Trump nach eigenen Angaben am Ohr verletzt worden. Nach Behördenangaben wurden außerdem mutmaßlichen Schützen, zu dem ein Zuschauer getötet und zwei weitere schwer verletzt. Auf seiner Online-Plattform Truth Social schilderte Trump, eine Kugel habe den oberen Teil seines rechten Ohres durchbohrt. Es sei unglaublich, dass sich in den USA solch eine Tat ereignen könne. Später soll Trump ohne Hilfe aus einem Flugzeug gestiegen sein. US-Präsident Joe Biden nannte die Tat krank. In den USA gäbe es keinen Platz für diese Art von Gewalt, sagte er. Der ehemalige demokratische US-Präsident Barack Obama erklärte auf X, es gäbe, so wörtlich, absolut keinen Platz für politische Gewalt in unserer Demokratie. Auch Regierungschefs in aller Welt reagierten erschüttert auf den Schusswaffenangriff. Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu äußerte sich schockiert. Ungarns Regierungschef Viktor Orban schrieb auf X, seine Gedanken und Gebete seien bei Trump. Die Versammlung in Butler war Trumps letzte Wahlkampfveranstaltung vor dem am Montag beginnenden Parteitag der Republikaner, bei dem Trump offiziell zum Präsidentschaftskandidaten der Partei gekürt werden soll. Trump will laut seinem Wahlkampfteam trotz seiner Verletzung teilnehmen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017